Heidi Klum, Seltenheit. Sie ihre vier Kinder. So omnipräsent Heidi Klum, 49, in den Medien auch sein mag, ihre Kinder hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Tochter Lini Klum, 19, durfte mit 16 Jahren selbst entscheiden und wagte den Schritt ins Mode-Business. Tochter Lu, 14, und die Söhne Henry, 17, und Johann, 16, zeigt die GNTM-Jurorin nicht. Zum Muttertag machte sie nun jedoch eine große Ausnahme und teilte auf Instagram ein Foto von sich mit allen vier Kindern. Bedingungslose Liebe, betitelte die 49-Jährige die Aufnahme mit Seltenheitswert. Das schwarz-weiß Bild zeigt sie auf dem Boden kniend in inniger Umarmung mit Leni. Lu, Henry und Johann, die alle noch im Kindesalter sind. Liebevoll drückt Leni ihrer Mama einen Kuss auf die Wange. Auch die 19-Jährige teilte anlässlich des Muttertags am Sonntag, 14. Mai, ein besonderes Foto in ihrer Instagram-Story. Darauf zu sehen sind sie und ihre Geschwister als Kinder im Bett an ihre berühmte Mama gekuschelt. Alles Gute zum Muttertag, sendete Leni ihrer Mutter damit liebevolle Grüße. Haben sie die ProMinus verpasst? Hier finden sie die ProMinus der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Instagram.com